Nummer 21, Bola Andresen, die Nummer 3, Fiskimka, mit Nummer 8, Christopher Apeldoer, die Nummer 10, Jan Edmerick Westermann und mit Nummer 15, Ewe Träuchel. Für 15 Euro, wo kannst du da auch nicht, wo kannst du da in Wittiger Eden, also 15 Euro. Der war für mich gewesen früher, Bier, Bier und sonst. Aber jetzt! Mann, nee! Das kann doch nicht angehen! Das ist der Bode. Ja, das geht nicht auf, wenn du, wir haben. Da gehe ich die Friesi ja. Ich habe letztens noch ein Dinos, Herr Biffi. Das sind so viele, die kennen, da sind nicht mehr hier, Herr Biffi, das war auch du. Oh, durvende, bekeken! Borei? Wisst ihr, was sie wollen, okay? Ja? Amin, der hat in die eigene Hälfte gepresst, das könnte gar nicht gut sein. Ja, da muss man sie haben. Ja, da muss man sie aufhören. Oh! Oh! Oh, oh. Oh, oh, oh. Mein Gott, oh Gott. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Ich bin der erste Obenai mit den Balken, mit den Beleganten, mit den Töckchen. Das ist gut. Das war das neue Link. Kennst du die Gegner? Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.